Manchmal kann ich überhaupt nichts machen eigentlich Jo Aber was ich jetzt kapiere bei dem Level Die haben das in 5 Teilen gemacht Da hätten sie auch einmal hin und einmal Rückweg machen können Hm Naja, aber ich war wieder in Tankstelle Ja Ja oder bis zur Zuckerfabrik da vorne Dann bis zum das Ding holen Und dann hätten sie sagen können Ja den kompletten Weg zurück Das ist doch nicht viel gewesen hier Ja Ach egal So nachladen alles Einmal heilen Warte mal Medipacks sind hier keine mehr Ne So Die gute alte Tasse Okay Nachgeladen ist Wir haben hier nichts mehr was Wir gibt auch nicht mehr Und offen ist Jo Ey Gewick dich Lass doch einfach Ich wollte da werfen Wollen wir mal eine Ruhe haben Voll klar Ich weiß auch schon wo ich lang gehe wieder Meine blöden Zombies gehen hier auf den Sack Jo Immer laufen 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 Ja Weil ich will auch schießen Es war mir klar dass du auch schießen willst Ja Findest du Ja er läuft und läuft und läuft und ist fast tot Ist egal Ist egal Ist egal Ist egal Ja ist klar Heilen 6 6 Leben nur noch Das muss ich auch leben Gehts gut Heilen Ne Leben ja Beleben ja Na ja Ich erkenne die Terrasse auch ich weiß ja wo ich hin muss Wow Jetzt geht das wieder los Jetzt geht das wieder los Genau zähl mit dem Ding woanders hin Ja aber Ja aber Und nicht immer mein Mein schönes Gesicht So die Magnum Die reißt euch hässlichen Zombies erstmal die ganze Rübe weg Ja mach gut Alter Nicht da lang Alter Warum Komm hin Hä Warum kommen die jetzt auch mal von hinten so viele Und du läufst weiter Und du läufst weiter Genau hier quer durch Da Zombies, Zombies, Zombies Zombies sind immer der gute Weg Ja Macht was ihr wollt Ich geh über der Dächer Guten Tag Hier ist ne Leiter ne Ja ich weiß Du kriegst nämlich die Überraschung Ja Boah nick ey Das ist Ah ok ich sag nichts dazu Autsch Hier ne Ja Bitch Oh Ach du warst wieder neben mir ey Wir kuscheln immer durch die ganzen Türen zusammen Ja Komm Da ist er Hi Bitch Draußen So Ich hab dich geschützt So Hä Nächstes Mal lieber nicht anstacheln Ja ach Ja wir sind fast da Ja fast Deswegen ja Deswegen ja Out Weiter weiter einfach laufen Ja Und dann lauf rückwärts Irgendwann Dass Irgendwann rückwärts läuft Da hinten ist Safe wo Moin die Güte was für ein Kindermist Jawoll Kommt rein ihr Vögel Kommt rein ihr Vögel Oh Rochelle Halt mich nochmal vorher Oh ja Ja Schon wieder Der Wann Sag mir mal ernst Wenn wir jetzt so durch waschen ne Was warum ail eine medipex sein jawohl ich muss die peck endlich ich gehe noch nicht weiter ich gucke mir mal die ganzen aussichten an ihr weil das hier nicht vielleicht nur was ist dann komm lass weiter so und nachgeladen alles klar ja dann lass weiter ja dass die alle wieder von hinten kommen war klar deswegen habe ich mich gerade auch gewundert meine güte nick du stehst genau neben mir du ranziger vogel alter kannst du nicht einfach mal so ein zombie abknallen was steht da so hoch damit arbeit ja weiß warum die sachen wir hier liegen lassen sollten wir haben so bestimmte kopiert hin so jetzt kommt die meute grüße ich habe eine überraschung für die meute ja und natürlich danke ja so jetzt kommt sie werft deine zur not auch nach unten irgendwo ich habe meine zufällige umgeworfen jetzt kommen sie ich wusste gar nicht dass sie hier vorne war ich habe es eine piepen gehört ich weiß es nicht aber ich komme noch nicht mal rein das ist ja so schnell dass ich mal dadurch die blöde doch so haben wir denn hier schöne waffen uninteressant nachher man kann sich ja können ja ich habe mir und die war bestimmt vorher von vorher noch ich gehe mal weiter nach hinten ist der medie pack halt meiner nick er kommt noch weiter wir machen komisch deswegen ja ist mit so unheimlich ja auch wenn ich weiß ja auch ruhig hasi auch ruhig hasi ich lass sie nicht wollen nein die könne nicht schwimmen ein anti nicht schwimmer katana was ist denn jetzt hier das bürger schild ist ja an vielleicht dauert das noch aber wie lange weiß ich nicht mal heißt tank ist unten heute nämlich der tank ist down ich weiß es nicht kasten ist doch an da ist ich auch das hat nur gedauert ich glaube wir waren zu schnell das ich habe mich verarschen ja ich gehe raus 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 erneut diesmal nicht verwunderlich und wie lange guck mal 46 minuten meine güte das war ja gar nichts ja which ja ich bin meister der verbraucher der verbraucher eigentlich ich habe jetzt kommt gleich jetzt kommt gleich ich habe mich jetzt kommt gleich wir können das alle lesen centos wir sind nicht lesen wir sind nicht lesen hey guck mal mit dem verbündeten am wenigsten getroffen ich habe 8 witsch gekehlt ach du scheiße Kopfschüsse 7% habe ich boah insgesamt genauigkeit ey deine ist voll hochgestiegen komisch keine ahne wo 1294 zombies meine güte jo leute und dann bedanken wir uns für's so gucken und bis zum nächsten mal tschüss